Hallo, willkommen bei BehindertBarrierefrei.de. Wir sind in Karlsruhe, Rehab 2015. Die Tore haben gerade geöffnet, einen riesen Andrang hier wieder bei Zawatzki. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Oliver. Bernd, das ist ja der Hammer hier. Ich habe jetzt hier natürlich einen richtig heißen Audi, ein Cabriolet. Sag mal, was das für ein Gerät ist. Also das ist ein Audi R8 Spyder und da gibt es Unterschiede. Es gibt einen V8 und einen V10. Das ist ein V10 mit Keramikbremsen. Wow, also richtig. Power, Leistung. Jetzt die große Frage, euer Voice-System, euer Sprachsystem ist ja jetzt serienreif auf dem Markt. Wir haben ja schon mal darüber berichtet. Aber jetzt zeigen wir mal darüber hinaus, was nicht nur sekundäre Bedienhilfen hier bieten, sondern da kann man nämlich echt spannende Sachen machen in Zukunft. Ja, deswegen haben wir das Fahrzeug auch hier. Wir haben das Fahrzeug von Audi zur Verfügung gestellt bekommen und zeigen hier jetzt abseits dieser ganz normalen Sekundärfunktion, die landläufig ja schon bekannt sind, Blinker, Hube, Scheibenwäsche und so weiter, dass man eben auch alles andere machen kann. Zum Beispiel das Dach öffnen. Okay, das möchten wir natürlich heute probieren. Können wir das mal testen? Kann ich da mal selber reinsprechen, wie der Schwäbisch und so? Genau, fangen wir zurück. Ja, Bernd, jetzt sehen wir hier, das Dach ist zu, aber in Karlsruhe scheint was die? Boah, die Sonne scheint, 24 Grad hat es. 24 Grad und wenn ich nach der Messe jetzt mit dem Willi hier noch ein bisschen durch Karlsruhe tue, will ich natürlich was? Das Dach öffnen. Also sage ich ihm einfach, Dach öffnen. Der hat mal schwäbisch verstanden, einwandfrei und führt den Befehl auch tatsächlich aus. Das ist natürlich geil. Also Bernd, das ist natürlich richtig geil, was ihr hier macht. Du kannst mit deinem Auto sprechen und es folgt dir. Ich kann wirklich jetzt während der Fahrt schnell mal das Dach aufmachen, zumachen. Hinterher haben wir gesehen, Heckspoiler. Bis 50 Kilometer übrigens. Während der Fahrt bis 50 kmh. Aber es geht wirklich hier um die Sprachsteuerung. Es ist unglaublich, wie die das erkennt hier. Es sind ja viele Nebengeräusche und das Ding funktioniert wirklich, ist ausgereift. Das wollten wir hier eigentlich nur zeigen, was da in Zukunft alles möglich ist. Wie gerade gesagt, Heckspoiler. Es gibt wirklich zig Funktionen, die wir hier einsetzen können. Im Prinzip alle Funktionen, die das Fahrzeug anbietet, können wir mit Sprachsteuerung bedienen. Also Leute, hier machen wir es kurz jetzt. Die Leute kommen, wollen das ausprobieren. Bernd, erstmal vielen Dank für die paar Minuten, die wir Zeit gehabt haben. Ganz wichtig auch zu sagen, hey Leute, geht bei Zerwatzki vorbei. Hier ist natürlich immer Messe, immer ein bisschen wenig Zeit. Das ist klar, hier oben, da seid ihr gut aufgehoben, da gibt es tausend Sachen zum angucken. Bernd ist ein super Ansprechpartner für euch und das ganze Team von euch auch. Und noch meinen Dank an Audi, die uns das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Und wir danken Zerwatzki, dass ihr uns das Auto ebenfalls zur Verfügung stellt. Danke, also bis bald, euer Oli und Willi und Bernd Schulz. Tschüss. Boah, leck, fett Willi, der geht ab, wie Sau.